Musik 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 Und ich will auch einen. Und ich will auch einen. Ich will auch einen, der verleih ich dir auch einen. Meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Kinder, herzlich willkommen im zweiten Koblenzer Weihnachtszirkus. Begrüßen Sie nun mit mir Prinz Markus I. und Konfluenzia Gaby. Ein Applaus! Applaus 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 Ich möchte euch einen möglichen Rahmen bieten, als Karorallisten Danke zu sagen, danke für die Nahrungsarbeit, danke für eure Tests. Vielen, vielen Dank! Und dieser Morgen, liebe Kinder, und jetzt will ich euch hören, gehört nur euch, habt ihr Spaß! Ja! Vielen Dank! Gefällt mir! Mein Herr, es ist sehr einfach. Ich singe ein kleines Stück und Sie singen genau dasselbe. Exakt dasselbe. Okay? Ja, ich beplatte nicht anders. Ja! Ja? Oldi, 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 Oldi! Die Sonne scheint – geiler Tag! Super Tag! Geiler Tag. 600 Kinder glücklich gemacht am heutigen Tag. Mit Prince for Kids haben wir Danke gesagt für den Korinenser Nachwuchs. Wir bedanken uns natürlich bei euch bei der Rhein-Zeitung, die uns da phänomenal unterstützt hat. Rundherum schön, Tränen in die Augen. Gabi, was ist mit dir? Du in Zukunft am Trapez? Ja klar, oben auf dem Saal, ganz oben. Und der Hefti? Ich gehe jonglieren, weiter. Hervorragend. Markus, dir traue ich die Tiger zu. Was sagst du? Ich glaube, von den Tiger habe ich Angst. Ich habe gesehen, wie viel Kraft und wie viel Energie da drin steht. Ich spiele den Klon, das ist besser.